Eine große Energie ist nahe. Ähm, Raiden? Sie dürfen ihn nicht kriegen! Danke, Lord Raiden. Man nennt mich Smoke. Warum bist du hier in der Außenwelt? Um an einem Turnier teilzunehmen und Erdenreich zu retten. Schließe dich uns an, Smoke! Vergib mir. Aber wenn Sektor mich gesucht hat, dann jagt er auch Sub-Zero. Sub-Zero? Bin ich jetzt völlig verrückt? Haben wir ihn nicht sterben sehen? Der Großmeister will aus jedem Lin Kuei einen Cyborg machen. Mein Freund ist in Gefahr. Das Turnier. Ich habe das Gefühl, dass dein Freund dort sein wird. Dann lass uns gehen. Sub-Zeros Seele hängt davon ab. Schade, dass du nicht geholfen hast. Du hast Befehl zum Lin Kuei Temple zwecks Assimilation zurückzukehren. Cyrax? Ich bin Lin Kuei Einheit LK4-D4. Du wirst mitkommen. Es tut mir leid, was sie dir angetan haben. Aber ich werde nicht gehorchen. So. Moin Moin Leute! Willkommen zu einer neuen Folge von Mortal Kombat 9. Ja, tut mir leid, dass diese Woche nichts kam. Ich werde das irgendwie wieder gut machen. Und zwar ab heute, also dem Montag. Dann kommen halt täglich zwei Parts. Weil die letzte Woche habe ich halt den Montag, den Mittwoch und den Freitag versäumt. Und dann kommt halt heute ein Doppelpart, dann am Mittwoch ein Doppelpart und am Freitag ein Doppelpart. Also zwei Folgen. Da wird die eine Folge um 18 Uhr, die andere um 19 Uhr kommen. Und, äh... Ja, es tut mir leid, mein PC habe ich nämlich verkauft und mir einen neuen zusammenbauen lassen. Ich habe auch, ähm... Ja, da kommt noch ein Video zu. Ich weiß noch nicht, wie es jetzt mit dem Sound ist. Wow. Weil der ist bei mir tatsächlich laut. So. Ich muss auch wieder reinkommen, also generell... So, zack. Okay, hast du ja gut. Weil der Controller, wie gesagt, ist alles, ähm... Wo? Ah, okay. Das Sliden kann ich noch. Sehr hoch. Einfach. Und, ähm... Das ist eine... Das hier ist eine Kombo, die ist einfach, wie ich finde... Kombo sag ich schon. Eine Attacke, eine Attacke, die kann man halt einfach spammen. Aber dafür, dafür, dass man dieses Spam kann, ist die echt stark. Aber da kann man nichts sagen. Ich weiß nicht mal, wie ich... Ich weiß einfach nichts. So. Aber so die heftigen Probleme dürfen wir nicht haben. Ja, ich muss mal gucken. Moment. Was... Ice Ball. Okay. Okay. Ja, Moment. Okay, das ist der Ice Ball. Ah, ja, ja. Das mach ich auch immer ganz gerne mit Sektor. Wir müssen ihn erwischen, wenn wir ihn einmal erwischt haben. Dann ist er quasi abgerippt. So, jetzt einmal hier... X-Ray nutzen. Und den ersten Kampf haben wir schon... haben wir hinter uns. Ich weiß nicht, wie das... Ich werde die Lin Quai nach Abschluss meiner Aufgabe bekämpfen. Eher nicht. Ich hoffe, der Sound passt. Keine Ahnung. Die Signale wurden immer stärker und jetzt sind sie weg. Ich... Sub-Zero? Aber... du bist tot. Ich bin nicht der Sub-Zero, von dem du sprichst. Er war mein Bruder. Dein... Bruder? Ich will nur wissen, was mit Sub-Zero geschehen ist. Er wurde von jemandem namens Scorpion getötet. Wo kann ich ihn finden? Geh zum Kolosseum. Ach, dort. Du hast unseren Regeneration-Prozess gestört. Er bin. Hab ich dich. Schaut euch das jetzt an. Ach du Scheiße, ne? Das war übel. Also, als ich das zum ersten Mal gesehen habe... Ey, ich dachte mir... Ey, das ist... Das ist schon krass. Ja, der verstärkt erstmal seine Attacke. Genau. Cool. Ich hasse, eh, Mac. Ich hasse dich. Seine... Seine Attacken sind alle so weit... Also, er muss mich nicht wirklich immer berühren, ey. Moment, wie war denn das? Ach so, ne. Ne, ne, ach. Ich mach die kommen die ganze Zeit falsch. Das würde ich machen, genau. Nein. Junge, geh weg. Ich war mir. Ja, cool. Oh, nein. Ich hab mein Breaker verschwendet. Okay. Doch noch geschafft, ey. Round 2. Fight. Aber mir... Ey. Ich kenn... Ich kenn... Ich kenn den Typen. Ich kenn... Beziehungsweise KI, Alter. Das ist echt immer richtig schlimm. Wie die manchmal zu reagieren. Ja. Also, aus dem Nichts, ey. Einfach die teleportieren sich. Die machen alles auf einmal. Das ist immer ein bisschen witzig. Junge. Ich hab auch dieses, äh... Injustice gespielt, weil's aktuell in... In PS... Äh... N... Äh... Kostlos ist halt für die PS4. Ja, also es ist... Ist nochmal nen Ticken besser vom Kampf... Mechanismus, so... Kampfschema. Ich... Bleibe erstmal ganz. Sonja Blade ein Hauptquartier. Sonja Blade ein Hauptquartier. Kommen! Sonja Blade ein Hauptquartier. Kommen! Du hast die Blutung gestillt. Ja. Aber er braucht so schnell wie möglich einen Sunny. Ich muss zum Kolosseum. Aber ich brauche deine Hilfe. Im Süden ist ein Portal. Mit ihm kannst du euch zurück ins Erdenreich transportieren. Schei. Das Portal ist hoffentlich in der Nähe. Das Portal ist hoffentlich in der Nähe. Das Portal ist hoffentlich in der Nähe. Ich habe versagt. Ich verdiene dir schon. Ich habe meinen Vater enttäuscht. Du musst mich töten. Töte ihn! Bleib dir! mies für ihn mit. F gambler! Nein, nein! Ich hoffe, das ist. Du wirst dich mir anschließen. ich fordere scorpion heraus den mörder meines bruders du wirst ihn herbringen niemand fordert etwas vom imperator ja wie oft wie oft haben wir denn schon gegeneinander gekämpft Wann ernst ist denn endlich also oder ich Mann Ja, ja hört auf jetzt hier immer sachen zu verstärken was ist los Für. Einfach mal länger liegen bleiben Oh ey Nein Oh ich Ich konnte jetzt nicht mein slide machen ey Das ist Leute ich kann das spiel nicht Deshalb also nicht Nicht flame oder so Oh man alter Okay ich dachte ich kann wenn der spuckt ey da mach ich das Ob so war das genau ja ich komme manchmal bisschen durcheinander Hallo ich habe mich doch auch gewehrt machen die gegner doch auch immer Alter Junge wieso kann ich den scheiß slide nicht machen Ich sag das manchmal nicht manchmal ist das echt so bescheuert so jetzt nochmal Ja aber ich habe den ersten treffer gemacht Ja das ist das ding alter der testet mich mit dem scheiß Okay 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 Aber das kann ich machen wenn die sich wehren Wie der wie er direkt reagiert wisst ihr also ich gebe die combo ein und dann duckt er sich direkt das ist so geil es ist echt voll witzig es ist so Nein Fuck Ich was Das ist immer so heftig wie schnell die 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 reagiert ey Also sobald man irgendeine combo auslöst Und er verstärkt die ganze zeit deine attacken Ich meine das ist ja Insgesamt wenn man gut spielen kann dann ist das halt deutlich besser Alter wie scheiße ne ich spiele Seht euch das an ich mache jetzt ich mache genau jetzt mache ich die combo ja Okay ja gut jetzt so scheiße jetzt verkacke ich auch nur Wie wie macht ihr das ich will das auch können Das ist so geil das ist einfach so heftig alter ich weiß nicht wie ihr das immer macht sobald ich was tue Irgendeine combo oder so ja Dann reagiert der direkt mit dem blocken aber das geht ja eigentlich gar nicht so weil Okay moment Wenn man leist ist dann klappt es auch okay kommt noch eine runde Das schöne ist dass sie geht auch immer durch die deckung Das kann man wirklich spam irgendwie Okay auf die schnauze reptile auf die schnauze So So irgendwie wusste ich dass er das macht okay diesmal Zwischen die Eier einmal so schlagen Dann sind die Wachtel Eier auch schon kaputt Aber das ist nicht meine Aufgabe hier Deine Anhänger achten dich sehr Kriegsherr Sie kämpfen und sterben zu deiner Belustigung Mein Bruder hat bei diesem Wahnsinn mitgemacht Ich mache das nur um seinen Mörder zu finden Und das sollst du Was ist das Du bist nicht Sub-Zero Ich bin seine Familie und sein Clan Ich kämpfe für seine Ehre Er hatte keine Ehre Und du wirst wie er sterben Okay Gib ihn Okay Ah Mann Alter Scheiße Hallo Alter Ich spiele so scheiße mit Skorpion Äh Skorpion Das sind doch Das sind doch auch Alles solche mobilen Schweine ey Alle mit Teleportation und sowas Okay Jetzt kenne ich auch den Backstar Also den Weiß nicht wie ich das nennen soll So Alter ich hasse den Hallo ich habe mich gewehrt junge wie kannst du mir eine geben Ah Mann Wieso kann ich ihn jetzt nicht packen Was ist los Schaut euch das an Ich kann ihm einfach nicht Keine geben Nichts Wieso kann ich den Backstar nicht packen Alter Meine Herren Ey wie oft denn Wie oft Man kann die packen Wenn die sich ducken Alter Das ist egal Solange Ne Ist gut junge Ja geil Jetzt geht diese scheiße nicht Ey Junge kannst du auch was anderes Ja Junge willst du mich trollen alter ohne scheiß Komm her Wieso Wieso ich das nicht abwehrt So weiß ich nicht Also echt Das ist mir fragwürdig Verdammte Ey Skorpion Ich gebe dir gleich Ich gehe gleich in das Spiel sein Ne So ich Ich Bezogesame mich da Alter Und dann gebe ich dir eine Voll der Typ teleportiert sich hin und her Die ganze Zeit Gib ihn Und irgendwie drehen tut er sich auch nicht Ne Die haben immer so dermaßen Spaß Dann dem Spiel Bestimmt die gucken die ganze Zeit zu Oder so Alter verpiss dich Zu 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 Achso, den kann er ja auch noch. Ich weiß nicht, was das jetzt eben war, aber das sah übelst geil aus. Ich habe mich irgendwie eingepfohren, aber ich habe keine Ahnung, was das war. Also wenn ich ehrlich bin, ich schaue mir die Aufnahme später an und keine Ahnung. So. Ha, Opfer. Nicht mit mir, Junge. Bäm, so. Für meinen Bruder.